Schönen guten Abend, ihr knubbeligen Burranasen. Willkommen zurück zu Stalker Gamma. Oh, da kam mir doch direkt ein Bäuerchen. Krass, war sehr unvorbereitet. Leute, ich wollte, ich hab's aufgenommen, ja, dass ich das Paket zurückbringe. Aber in dem Moment, wo ich hier das Paket abgeben wollte, ging hier draußen so der Punk ab. Da sind hier drei Militärs gekommen, die haben sich eigentlich nur mit Granaten beschmissen. Die ganze Zeit, man hat mich nicht verstanden. Deshalb hab ich das weggelassen. Und, äh, ja, das Ergebnis dieser, dieses kurzen Dialoges ist, dass er sagte, wie vermutet, gibt es einen unterirdischen Weg Richtung Priviat. Da unten, alles voller Mutanten, geht die Post ab. Deshalb hab ich jetzt das ultimative Team zur Seite gestellt bekommen, um diesen Tunnel zu durchqueren. Natürlich auch mit meinem Zugführer hier. Also müssen wir aber noch ganz kurz eine Sache machen, weil irgendwie hab ich das Gefühl, sorry, dass ich das so so breake jetzt, aber einen kleinen Touch-Schleiser. Okay. So, wir sehen uns hoffentlich nicht wieder. Wie waren das jetzt? Ich hab das ja auch schon mal gemacht, ne? Das ist ja ein Stumpf, einfach nur eine kleine Tür oder so. Ach ne, oder wie, oder was? Musste man nicht hier irgendwo irgendwie durchschleudern? Was ist da mein Licht hin? Schon wieder alle, oder was? War das nicht hier? Was will er denn laut PDA jetzt von mir hier? To the Jupiter Underground. Da bin ich ja jetzt schon schön vorbeigelaufen. Wie underground ich kann das denn hier werden? Damn, ich brauche einen Drink. Aber jetzt, ne, ja. Was ist da, Bro? Was ist hier mit Bro ansprechen? Ist hier nicht ein Übergang? Ach ja, so war das. Da bin ich ja schon mal ein paar Mal aus Versehen reingelatscht. Ach ja, 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 ja. Und ich würde eigentlich gerne andere Sachen machen. Zum Beispiel haben wir, obwohl es macht vielleicht Sinn. Kommt doch an, wo wir rauskommen und wie es weitergeht. Ich möchte die Leute halt loswerden. Ja, keinen Bock hier, sechs Leute da mal im Arsch zu haben. Das brauche ich, ne. Ja, jener ist da völlig ausreichend. Und ein Dings ist nämlich ein Goldversteck aufgetaucht im Pripyat. Und da möchte ich natürlich meinen Riecher rin schieben. So, von da kommen wir quasi, ne. Kicken wir mal. Okay, so ein Lichtkänk doch gebrochen. Schon mal die K.S. in Anschlag bringen. Ich höre Schnorckes. Und ich habe uns hier einen kleinen Dot rufen. Oh, habt ihr gesehen? Die kleine Ratte. Die meinte ich. Also der Stork ist definitiv nur hinter dem Laster. Ja. Ja, ich glaube, er meinte auch noch, wie ich das richtig verstanden habe. Oh. Dass viele versucht haben, also hier die Evakuierung zu starten. Aber stecken geblieben sind und nicht mehr rauskamen. Und ja, ich weiß nicht, ob er jetzt hier auch noch was vermutet. An Dokumentation. Weil das ging mir dann so auf den Sack draus. Und ich hatte Angst, dass die mich gleich abgeschnallen werden. Weil das kam. Ich weiß gar nicht, was da so los war. Da waren ja nur drei People. Ja, aber die haben da Radau gemacht. Und jetzt hört es sich so an, als ob die Kollegen da nicht mehr lange durchhalten. Batterien gibt es auch noch. Das ist wichtig hier unten. So, jetzt bin ich ja gespannt, ne? Aber wenigstens kann man hier unten dann immer speichern. So, hier pappigen wir mal das andere Scope wieder auf. Oh, er ist schon heiß. Er ist heiß. Digga, besorgt in der echte Plinte. Und ich weiß gar nicht, ich glaube, die habe ich zurück nach Hause gebracht, noch schnell ins Hauptquartier. Denn da ist nämlich einer gestorben von den UN-ISG-Leuten und hat eine AK Alpha fallen lassen. Sonst hätte ich das nämlich nochmal aufgenommen für euch, die Paketübergabe. Aber ich habe gedacht, dann kriege ich die Waffe vielleicht nicht wieder. Ich dachte, gut, das müssen wir jetzt bitte lassen. Die muss ich mir frisch machen, sobald ich die guten Werkzeuge habe. Weil das war ja so, das ist eine so meine Favorites an Sturmgewehren hier in dem Spiel. Boah, alter, ja. So, er ist schon zugewachsen hier mit Anomalien. Ey, ohne Spaß. Wenn ich jetzt noch rauskriege, wie man das stumpf... Und ich weiß, das geht nicht, glaube ich, ne? Dann einfach diese Artefakte wieder in einem ursprünglichen Stil hier an den Boden zu bekommen und nicht diese durcheinander... Oh, das wäre das so optimal, das Spiel. Dann hätte ich richtig Bock, mit diesen neuen Detektor-Anomationen... Äh, 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 äh... In diese neuen Anomalien reinzustapfen und da den geilsten Kram... Aaaaaaah! Wow, oh Gott! Deswegen, ey... Ey, überleg dir mal, da schießen... Fünf Leute ihre Magazine leer. Das wird doch keinem Menschen einfallen. Wegen so'n kleinen Bräuler hier. Hallo? Ja, aber nicht, wenn du hier ist hier drin. Wenn du hier ist davon aus, hier ist ewig keiner gewesen. Und dann tauchen hier vielleicht plötzlich Reudolida auf. Bin jetzt natürlich müde geworden, ey. Was machen die denn da? Leute! Verband euch mal bitte! Wie können wir denn so aggressiv sein? Wie können wir denn so aggressiv sein? Das ist so unfassbar, Alter! Das ist... Das hier ist so unfassbar! Das ist so krass! Ey! Die jähnste Zeit... Wo... Wo haben die denn eben? Das ist unglaublich an der Kasse! Ich hasse diese Kameraden-KI, ne? Die ist der letzte Dreck, Alter! Die da ging nicht drauf! Mann! Die kapieren so'n scheiß, wie ist hier schon in die Speicher, Alter! Die... 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 Ja, ey! Wie die Rumpfaller! Wie die Blöden, wenn der Ratte kommt, Alter! Und dann ist der Kamerad in Gefahr! Ne, ne! Wartet mal, bis der Tod ist! Das ist genau wie bei König auf VOT spielen! Das ist genau dasselbe! Die anderen fangen immer erst dann an zu spielen, wenn du tot bist! Die Arme Ratte, ey! Hast du jetzt was bei? Nein! Mann, 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 ey! Mann, 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 ey! Ach, hier oben! Das wär' mir nie aufgefahren! Ach, was macht der da oben? aita weiter Hammer, Mann, ey! Ach, Alter, wo... Ah! ända, wo... Feuer, Leute! Feuer! Es ist möglich zu schießen. Ihr dumme Arsche. Krass, das wusste ich nicht. Dann macht es ja noch ein bisschen Sinn. Und zwar hast du trotzdem unterlassene Hilfeleistung. Ich muss ihn heben. Zeit für Sparkling Water. Schöne Dose Sprudelwasser. Guck mal, im Untergrund haben die Betanten mehr Teile. Können die besser gedeihen. So, setz die Ruhe, ja? Oh! 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 Ich dachte hier sind Monos Ich habe mich da rinnen können leider Da hinten war ein Tuschkano Das ist so eine krasse riesige Halle hier ja Haben Aber wir sind immer noch im Gefecht Was hab ich denn hier aufgelegt? Aber hier kann ja eigentlich kein Mono sein Wenn das hier so Voll mit Schnorx ist Mal klingeln Hhhhhhh Hhhhhhh Ist wieder klar Wenn die Geldeindreiber kommen macht我跟你 auf Können wir eigentlich ein schönes Lager aufschlagen. Die Schlafsäcke aneinander packen. Waren wir uns gemütlich hier. Wo geht es da hin? Herrlich! Da jetzt hin, in ein Lager. Sollte ich hier? Das haben wir echt gesucht hier. Aber ich möchte mich noch kurz umgucken bevor wir das machen. Sollte ich hier? Ich weiß nicht. Ich habe natürlich auch keinen Schlafsack mitgenommen. Aber ich dachte nicht, dass die Mission so lange geht hier. Eigentlich wollte ich vorher auch wieder schlafen gehen. Aber er ist immer nicht müde. Das ist immer wie so ein Kind. Äh, jetzt nicht. Ich bin ja nicht müde. Und dann hier ist sie los. Du bist drei Minuten unterwegs. Und dann werden sie quengelig, Alter. Geil. Geil. Geht ja zum Glück heutzutage alles schnell. Geil. Also, es ist die Fistplatten. Die haben wir die Welt so verbessert. Und dann spreche ich jetzt gleich mit dem Blödchen. Ihr Figos, ihr Kleen. Wo ist der Käpt'n? Wo ist der Käpt'n? Da. Wo geht er damit fertig? Ich weiß es nicht. Hä? Das kenne ich doch schon. Boah, ist das gruselig. Das war letztes Mal nicht richtig abgeschlossen, der Auftrag. Ah, okay. So. Jetzt werden wir sogar noch verabschiedet hier von dem Typen, von dem, äh, Mechaniker. Okay. So, jetzt aber. Hier. Ich habe gefunden, ein Manifest. Ah, okay. Er sagt ja, das könnte schon, das bringt es schon zum Ausrasten, dass, äh, öffentlich untersucht werden sollte. Ach, wir müssen noch mehr finden. Ist das? Okay. Ich habe ihn versteckt bekommen, okay. Okay, wir sollen also Kallensteinen unumgedreht lassen und die anderen Labore untersuchen, von dem wir wissen. Wenn wir das alles geschafft haben, verlassen dieses Hölz. Wenn wir die Materialien gesammelt haben, dann ist der Druck so groß, dass die UN herkommen darf und das zu untersuchen, dass die Ukraine das nicht mehr zurückhalten kann. Ja, ich bin natürlich der Rosavet dafür. Ah, okay. Ich kriege jetzt den Helm, für den ich schon bezahlt habe. Habe ich das richtig verstanden? Gegen C-Scheiße? Also wir sollen uns daran erinnern, unsere Aufgabe ist, diese extrem geheimen Dokumente von den Laboren zu holen und keine Zeugen zurückzulassen. Er markiert mir was auf dem PDA. Ich werde nicht versagen, Sir. Und da kommt die Labore reingeschmettert. Ah, hier, ich nehme die Outskirts von Prepyat, wo mich jetzt einer hinbringt. Ah, krass. Ist aber auch komisch, ne? Ich meine, du musst ja schon andere Labore einfach machen. Sonst geht es ja nicht weiter, ne? Machst du das in Jupiter nicht? Kannst du nicht an den Hirnschmelzer ran? Die beiden musst du ja auf jeden Fall machen. Hätten wir denn da schon Daten finden sollen? Habe ich die vielleicht schon? Weil ich habe ja noch ein Haufen Kram im Inventar. Oh, und hier ist so ja ein Versteck für uns. Von unserem Team hinterlassen. Das ist aber nett. Oh, hier muss ich mich erstmal auf das Ohr hauen gleich. Und das Gute ist, hier sollen wir ja noch eine Aufgabe von den Söldnern aus. Sollen wir Gryphon treffen. Das ist ja auch nicht verkehrt. Wenn ich mich recht erinnere. Alles voller Unzigs hier von uns. Geil. Und hier ist das, was ich meinte. Ah ne, hier ist der Labor. Tralala. Hier unten ist ein anderer Söldner, ne? Das sind die Söldner, die eigentlich neutral sind und die schon mal aus Versehen umgebracht haben. So. Okay. Um diese Sachen kümmern wir uns aber in der nächsten Folge. Da hatte mich gefreut, dass ihr dabei wart. Tut mir leid, dass ihr den Absturz miterleben musstet. Aber das ist aktuell wieder ein kleines Problem. Das doch dann regelmäßiger auftritt. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Schönen Abend. Macht keinen Scheiß. Lasst euch nicht ansprechen. Schlaft schön. Ja, Moment. Moment. Das Video ist noch nicht ganz vorbei. Ich habe mich dann noch auf den Weg gemacht. diese Werkzeugpunkte, also diese Versteckpunkte abzuarbeiten. Und hier gab es eine ganz eigenartige Situation neben dem mobilen Labor in Jupiter. Also, ich weiß nicht warum, aber das Beste konnte ich nicht aufnehmen. Aber hier waren auf einmal zehn Bucher unterwegs. An einer Stelle. Zusammen gepaart mit Zombiestalkern und auch noch später dazukommenden Banditen. Also, es war Wahnsinn, ja. Ja, und irgendwann wurde es mir dann draußen zu viel. Es kamen immer mehr Bohrer. Und ja, ich habe mich dann zurückgezogen in den unteren Teil der Anlage. Hab den Zugang auch vermint. Und bin dann durch die Schächte gekrochen. Weil ich dachte erstmal ein bisschen Schutz suchen, kurz regenerieren. Ein bisschen Situationsüberblick gewinnen, ja. Natürlich bin ich dann stecken geblieben in einer der Schächte. Zum selben Zeitpunkt müssen Banditen auf den Lärm offenbar anmerksam geworden sein. Ja, die haben sich dann auch angefangen mit dem Bohrern da oben zu prügeln. Das blieb natürlich nicht lange so. Da musste irgendwann einer unten in meinen Schacht kriechen. Und das blieb nicht bei einem. Die waren dann alle hier. Also, ich weiß nicht wie die das gemacht haben. Aber irgendwann konnte ich mich dann auch befreien. Irgendeine Bewegung hat es dann ausgelöst, dass ich mich wieder normal bewegen konnte. Und dann konnte ich mich erstmal Teil der Banditen entledigen. Und dann meine Regenerationsphase durchziehen. Na dann, nachdem ich mich ein bisschen erholt hatte, habe ich mich auf dem Weg nach oben gemacht. Um die letzten, oder überhaupt um zu sehen, was da jetzt los ist, ja. Und natürlich waren immer noch Bohrer unterwegs und Banditen. Also, die Situation, Leute. Ich glaube, man kann sich das nicht vorstellen. Vor allem, mein Gedanke war, ich wollte schlafen seit 20 Minuten, ja. Nein, da jetzt was ich wieder. Ich bin jemanden gestorpen. Ich bin jemanden gestorben. Ich bin jemanden gestorben. Ich bin jemanden gestorben, wurde mit einer Absahnung auf. Ich bin jemanden gestorben. Ich bin jemanden gestorben. Das war so wild ey und am Ende habe ich es dann geschafft, konnte das versteckt für mich einsammeln und habe dann im Anschluss noch einen Pseudoriesen erschossen, der da auch noch rumgetont ist am Rand der Anlage. Und dann war ich so erleichtert, habe unser Zeug abgegeben und habe mir dann einen Punkt gesucht zum Pennen. Feierabend Leute, jetzt ist wirklich Schluss.